Herzlich Willkommen beim Let's Play Atomic Heart. Wir haben im letzten Video endlich diesen großen Raum, diese große Halle durchquert und haben jetzt geschafft, dass diese Kapsel quasi schneller hergestellt wird. Mussten gegen ein paar Bots kämpfen und haben das gut gemeistert, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Jetzt müssen wir da drüben nur noch die Kapsel abholen. Falls euch meine Videos gefallen, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal auf jeden Fall. Da könnt ihr mich riesig unterstützen und unter der Videobeschreibung findet ihr den Link von meinem Partner Instant Gaming. Dort gibt es super günstige Games. Schaut euch den Link mal an, der ist absolut kostenlos. Und wir müssen jetzt wieder hier rein und dann nach unten schwimmen durch dieses Polymerzeug. Jetzt muss ich hier rüber. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Ne, ich muss tatsächlich doch hier lang. Genau. Ich kann auch gar nicht schneller laufen, irgendwie. Komme ich hier rüber? Nein. Ähm, wo bin ich denn da letztens rüber gelaufen? Oh, endlich. Ein Neuer, mit dem ich reden kann. Und der ist sogar lebendig. Neu? War vor mir schon jemand hier? Klar. Siehst du diese Leiche? Das ist Alexei, der Techniker. Seit wir umgebracht wurden, führen wir anregende Gespräche. Vor etwa 20 Minuten ist bei ihm irgendwie das Licht ausgegangen. Er schaffte es noch am Ende etwas zu sagen, aber das war dann reines Kauderwelsch. Ähm, ja. Ausgegangen? Wie meinst du das? Ach, ich weiß auch nicht. Er ist sozusagen abgelaufen. Das muss an dieser Impfung liegen. Ich meine, dass tote Leute so gesprächlich sind. Restaktivität des Gehirns vielleicht. Was sollte es sonst sein? Gut. Alles klar. Bis dann. Ne, ich muss hier rüber. Genau. Lauf ich jetzt überhaupt richtig? Um hier hoch zu kommen? Ich muss da rüber. Also doch. Ach, komm schon. Ich muss doch da rüber. Da hinten lang über die Brücke. Laufen wir mal schnell hin. Durch das Polymer durch. Da oben geht es hoch. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht allzu viele Roboter auf den Sack gehen, wenn ich mir die Kapsel geholt habe. Die ist schon mal fertig. Wo geht es jetzt lang? Da unten lang. So, gibt es hier vielleicht noch ein Safe Room? Nein. Ach, okay. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Darf ich mal, dass jetzt nicht irgendwie... Genosse Major? Ja? Hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, das ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn Leben fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Setschenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Setschenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft. Das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuro-Polymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Ach. Ja. Da ist was dran. Würde ich erstmal nochmal einen Raum suchen zum Speichern. Genau. Ein paar Schrottkugeln machen, wenn es geht. Autorisierung. Major Nechaev. Geht doch bestimmt noch was an Munition. Ja. Schrottflinde. Ah. Nur einmal. Gut. Speichern und dann weiter. Hier wieder durch. Ne. Da nicht lang. Hier waren wir ja schon. Hier gab es ja quasi nichts, was nützlich wäre. Ah. Okay. Jetzt sollen wir hier hoch die Treppe. Ja. Wir müssen ja noch mehr Behälter sammeln. Was ist hier? Ah. Hier könnte es. Mhm. Da ist nichts drin. Hier gibt es jetzt so weiter. Oh. Jetzt hätte ich die Lootkiste wieder übersehen. Feiner. Okay. Hier durchhüpfen. Hier geht es hoch. Ich glaube hier oben wird es nichts geben. Hier ist zwar eine Kiste, aber das sind keine Loot. Ne. Da ist nichts drin. Ein Schloss. Hier geht es sogar noch weiter runter. Aber das könnte ich ja schon mal knacken, das Schloss. Dann ist es offen. Genau. Achso. Hier komme ich wieder raus. Ja, okay. Dann habe ich halt vielleicht einen Notausgang dafür. Dass das dann als Notausgang dient. Ich muss ziemlich weit runter. Wahrscheinlich auch hier rein. Okay, da haben wir einen. Verunfalten. Oh, die sind aber erledigt hier. Erledigen wir die erst mal und dann geht's los. Was sollen wir tun? Ich habe keine Daten. Ihr war euch noch nie. Gut. Ich kümmere mich darum. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist Kryogen, richtig? So ist es. Das ist eine Fahrenheit. Eine mit Kryopolymer gefüllte Kerze, die in Hochtemperaturöfen die Temperatur verringern und den Druck ausgleichen soll. Ich versuche sie in die Heizkessel zu bekommen. Gut. Da ist noch einer. Hier gibt es jetzt weiter, denke ich mal, nichts. Gehe ich mal davon aus. Da wandelt noch einer. Okay, ich habe die Öffnung gefunden. Hier sehen gar nichts, aber hier ist wieder eine Lootkiste. Gut, dass wir die sehen. Hier stehen wieder Drehbänke rum. Okay, hier gibt es genug Kugeln. Was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkessel zerren? Und auch wieder hier rein. Wie läuft das jetzt hier? Wie kühle ich die Heizkessel ab? Ah, hier ist ein Ventil. Ah, da kann ich nichts machen. Die Rohre. Aha. Ah, ich weiß, wie es funktioniert. Wir ziehen das jetzt durch die Rohre durch. Nein, nicht darunter. Hier lang. Komm. Komm. Jetzt kommt wieder ein feindlicher Feind. Wenn die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Ein feindlicher Feind. Hier haben wir schon. Oh, der steht ja schon da, der Typ. Ach, noch einer. Oh, jetzt wieder ein aggressiver hier. Wieder ein aggressiver. So, wo hatte ich die Kugeln? Wo waren nochmal die Kugeln drin? Hier vorne. Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Ich habe satt, Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Vavilov-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Na, komm schon. Genau, jetzt müssen wir unten lang. Na, noch ein Stückchen. Genau da vorne hin. Falsch! Nein, die kommt da wieder raus. Ach, falscher Weg, falscher Weg. Falscher Weg. Wir müssen doch einmal abbiegen. Und zwar hier. Glaube ich. Wo sind die Kugeln jetzt? Ach, da. Ein aggressiver. Noch einer. Auch wieder ein Flitzer. Jetzt wollte ich mal ein bisschen Lebensenergie. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt eigentlich hier wieder rein? Genosse Major, hast du Dr. Philatova schon gefunden? Die Betroff geholfen hat, hunderte Menschen abzuschlachten? Nein, die schleicht nach irgendwo rum. Ich betone, dass Dr. Philatova nichts geschehen darf. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, musst du sie verteidigen. Was? Das Miststück retten, dank dem ich knietief durch Blut und Gedärme warte? Was soll das? Der Verräter Petroff hat Dr. Philatova nur benutzt. Sie wusste nichts von den wahren Absichten und der Verderbtheit dieses mordenden Irren. Sie muss vor ein Gericht gestellt werden. Tja, zu gut für sie. Das steht ihr zu. Dr. Philatova ist eine allerkannte Neurochirurgin. Dr. Setschelhoff, vertraut ihr die Kollektivforschung zur Verbindung von Mensch und Roboter an? Ihr darf nichts geschehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Genosse Major? Ich werde dran denken. Okay, jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir da rein, oder? So, wir müssen jetzt da rein. Ja, wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Hier sieht es aber nicht gut aus. Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Cactus Cacta kei kereros angereichert. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen Sie die Wüste begrünen, oder was? Wo was in der Art? Sie wollen den Mars terraformen. Jetzt muss ich ja gucken, wie ich hier überhaupt, wie hier kam ich her. Okay. Jetzt muss ich ja selbst gucken, wie ich da hochkomme. Ah, wahrscheinlich da erst mal hoch. Da erst mal hoch. Genau, und dann... Und dann erst mal klettern, klettern, klettern. So sollte es nicht laufen. So sollte es nicht laufen. Ich möchte hier endlich aus diesem Komplex raus und dann müssen wir noch einiges erledigen. Mit dem Gekletterer, da scheitere ich oft. Oh, da haben wir schon einen kompletten Behälter, den wir schon mitnehmen können. Das ist ja geil. Muss ich jetzt nicht noch irgendwas erledigen? Oh, nee. Ah, es ist gespeichert, das Spiel. Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Ja. Ich hoffe, dass ich auch einen Safe Room wieder finde. Was ist mir bei Trofs Freundin, Charles? Meinst du, Dr. Filatova? Habe ich doch gesagt. Warum auf einmal so Wortkrank? Kennst du sie? Dr. Larissa Filatova arbeitet seit vielen Jahren mit Dr. Setschelhoff zusammen. Sie ist eine talentierte Neurochirurgin. Und war Studentin und Assistentin von Genosse Sakharov. Nach dem Tod des Professors hat sie seine Arbeit weitergeführt. Aber jetzt ist sie eine kriminelle und Vaterlandsverräterin. Verstehe. Wirklich schade. Sie ist irgendwie niedlich. Ja. Jetzt müssen wir nochmal den Weg zurückfinden. Müssen wir jetzt eigentlich schon. Oh, hier liegt noch was. Ah, stimmt. Jetzt können wir den nächsten Behälter einfügen hier. Na also, wie sie blüht. Was für eine Schönheit. Die Photosynthese hat begonnen. Der Zustand des Baums verbessert sich rasant. Achtung, Mitarbeiter des Parteizentrums. Der Zugang zum Ostflügel des Komplexes ist wieder offen. Der Ostflügel ist wieder offen. Wo muss ich da lang? Habe ich eigentlich mittlerweile mal eine Map? Ne. Inventar. Wie kann ich denn die zünden hier? Munition. Na gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang soll. Aber wahrscheinlich wieder zurück. Nein, hier nicht. Wo kam ich denn überhaupt her? Das ist auch nicht offen. Mir wird gerade nicht die Richtung gezeigt, wo ich lang soll. Hier vielleicht? Ah, okay. Jetzt wird mal wieder der Weg gezeigt, endlich. Ja genau, hier waren wir schon ein paar Mal. Jetzt ist wieder ein Bereich geöffnet anscheinend. Speichere ich mal, dass ich dann hier wieder anfange und nicht den ganzen Weg wieder latschen muss. Ach, hier ist ja sogar noch eine Lootkiste. Nochmal speichern. Dass ich jetzt den Loot auch behalte. Was ist das für ein Dreck? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Das merke ich auch gerade. Ne, dann gucken wir uns das hier erstmal an. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ach, hier kommen wir noch gar nicht rein. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Nehmen wir ein kleines Räumchen hier. Wird nicht wirklich was sein, was uns was nützt. Ne. Doch, hier ist wieder was. Oh, der Rettungstrupp. Na endlich. Mir kannst du zwar nicht mehr helfen, aber hier leben noch Leute. Tut mir leid, die Pflicht ruft. Ein andermal. Ja. Hier können sich quasi die Tür öffnen. Hier komme ich nicht rein. Oh, da erledige ich die einfach. Oh, da erledige ich die Tür öffnen. Hey, wo soll ich denn jetzt lang? Es soll ja anscheinend hier auch rein, aber... Wie komme ich denn hier rein? Na, hier komme ich auch nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Kann der nur hier rum... Hm. Ach, komm schon. Wieder durch Schächte klettern, ne? Wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Hm. Ich bekomme von der sogar Loot. Die habe ich kaputt gemacht. Da ist eine Loot-Kiste da drüben. Aber hier komme ich noch nicht rein. Interessante Fische in dem Aquarium. Kellerhuhn. Kellerhuhn ist dort. Wo ist es hingeflogen? Der ist hin. Der ist hin. So, die Einzelteile hier können wir auch looten, wa? Wir müssen doch eigentlich auch die Einzelteile von dieser Kamera looten können. Ah, hier ist noch einer. Hier ist noch was. Gut, eine Loot-Kiste. Ah, die wollte ich haben. Jetzt muss ich schon wieder hier durch. Okay, hier ist... Mhm. Mhm. Was? Ich? Der Rechner hat dich mit dem Leiter dieses Labors verwechselt. Erinnerung. Es ist Zeit für die Einnahme der Blutdruckmedizin. Wiedergabe eines Autos. Okay, hier habe ich einen Gang geöffnet. Die Aufnahme der letzten Arbeitsschicht. Okay. Ja, jetzt geht es mir schon besser. Die Oper wird immer Wunder. Ja. Also, meine Aufzeichnungen. Tag 783. Ja, das Ventil ist angebracht. Ach ja. Zuerst fand ich es sehr schwierig, diesen Lebenszyklus, wie sie es nennen, zu ignorieren. Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht. Aber dann wurde mir klar, dass es sogar eine Art Kunst ist. Lebenszyklus. Wie kommen sie überhaupt auf sowas? Das sind ihre Angestellten für sie also nichts als gedankenlose Schweine, so wie diese Tiere. Das ist kein Töten. Das ist nur die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Tja. Weißt du was, Oliver? Selbst wenn wir nur Schweine sind. Wer hat uns das Recht gegeben, die anderen Schweine zu bezahlen? Schwein. Schwein müssen wir machen. Anders drum. Nein. Schwein ist richtig. Ich denke sogar daran, dir ein Denkmal zu bauen. Das mache ich auch. Versprochen. Okay. Und wo ist das andere Schwein gewesen? Huhn. Kuh. Das ist eine Kuh. Hä? Ach, das ist Schwein. Und noch eine Kuh. Ihr vielleicht? Nein. Auch nicht. Ähm, die Kuh nicht. Dann wahrscheinlich die Kuh. Man sieht es ja hier auf den... Ah, jetzt habe ich... Okay, Huhn. Nein, nicht richtig. Ich... Ich kapiere das nicht so ganz, welche Reihenfolge das gemacht werden soll. Aber ich probiere es einfach, bis hier alles grün leuchtet. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Kühe. Die noch in die richtige Richtung müssen. Jetzt haben wir noch mehr Kühe. Die. Die. Und die. Eine noch. Die vielleicht. nicht. Ach du Scheiße. Habe ich sie gerade alle getötet? Das ist der Standort beim Herstellungsverfahren. Okay. Die organischen Polymer-Komponenten. Gut. was gibt es da jetzt für mich ich habe gerade keinen ich habe gerade ein richtungs pfeil hier auch nicht ich weiß gerade nicht wo ich hin soll das sagt mir auch nichts pestizidwerkstatt behälter wo könnte der sein hier das ist ja ich habe noch nie so viele pflanz behälter auf einmal gesehen hier züchten sie die pflanzen die zum terraformen von mond mars und venus gehen sollen aber es funktioniert nicht mal ansatzweise wir müssen die bedientafel finden gut wir werden auf jeden fall wir werden auf jeden fall im nächsten video weitermachen wir haben jetzt wieder ein bisschen was geschafft ein behälter wieder eingesetzt und haben dieses rätsel hier gelöst dass wir hier uns quasi bald den behälter abholen können aber ich glaube nicht dass das so einfach geht da werden wieder gegner von uns zukommen und wieder irgendwelche schwierigen sachen aber das werden wir schon hinbekommen wenn euch mein video gefallen lasst euch gerne daumen nach oben da abonniert meinen kanal da könnt ihr mich riesig unterstützen und unter meiner video beschreibung instant gaming da könnt ihr schauen den link der ist absolut kostenlos da gibt super günstige games schaut einfach mal vorbei bis zum nächsten video ciao